Hallo meine Leute, heute werden wir mal aufnehmen, was ihr schon seht, World of Tanks. Wir werden es mal spielen, aber wir werden es nicht herunterladen und so. Also wir gehen denn mal auf, World of Tanks, gucken wir mal. Äh, hm, muss man sich wieder registrieren oder so, ich bin großartig. Was steht da? Hä? Hä? Und, ach, niemand weckt. Hm. Okay, können wir mal da hingehen. World of Tanks. Ey, die war wirklich, oh scheiße. Na Leute, heute werden wir mal auf YouTube gucken. Die Trends. Ich hab Oslo verauft. Ich weiß, das ist mir hier noch egal. YouTube bitte. Ja, YouTube. Wir werden heute das Musikvideo von Katja Krasavik gucken. Ich weiß, das stimmt. Aber wir müssen das durchziehen. Oh mein Gott, ihr seht schon, oh nein. Ja, ich hab, oh nein, ich hab da schon geguckt. Ja, sorry. Alle haben über behinderte Katja geredet, also leider müssen wir es jetzt stoppen. So Mädels, letzte Karte. Halt, stopp Leute, halt, stopp. Also das hier finde ich übelst behindert. Übelst behindert. Wir gucken mal auf die Kommentare oder nicht. Als das rauskam, war Black Friday da. Das ist eh alles böse. Ich frage mich, warum das nicht schlechter ist als Beeps Song. Ich mag Beeps Song, aber das kann ich nicht tun. Das ist heute ab 18. Ich gebe Doggy. Katja, du singst gut. Schaut besser als Beeps noch so. Harte Habe auf, da drauf will, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Was für ein Duden. Hallo Pone, die aber auch die... Hey, was ist das für Pone süchtig, Digga? Ich meinte nicht, die möchten die hier in den Kommentar suchen. Also los. Richtig, richtig gute Idee. Der, der gewinnt, darf jemanden aussuchen, der den Pizzabooten verführen muss. Oh nein. Oh mein Gott. Schön. Na da, kurz. Zeig. Ich hab gewonnen. Wann du? Stellst du? Wer möchte, frage mich? Hm? Katja, oder Katja? Wie sind überhaupt diese Pornodarsteller? Typisch diese Pornstar. Diese Pornstar. Ich lasse es nicht laufen. Ich lasse es nicht laufen. Ich lasse es nicht laufen. Oh mein Gott. 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 Das kann ich nicht laufen. Ich laufe aus und ich wills jetzt. Ich bin in Stimmung und ich wills Sex. Ich let dich ein, also komm jetzt. Ohne Druck, denn das hier ist kein Contest. Das sind ja nicht mehr Leute. Aber komm nicht zu früh, denn sonst verpasst du das ganze Minut. Hey Leute, ihr glaubt nicht, was hier gerade abgeht. Katja verführt den Pizzaboden. Das ist so geisteskrank. Das müsst ihr euch auf jeden Fall selbst anschauen. Und das was du willst, ist das was ich brauch. Gib's mir Dagi, gib's mir Dagi, gib's mir Dagi. Gib's mir Dagi, gib's mir Dagi, gib's mir Dagi. Gib's mir Dagi, gib's mir Dagi. olt drei,агchen, gib's mir Dagi. Gib's mir Dagi. Gib's mir Dagi, gib's mir Dagi. Schl结 Luft auf jeden Fall selbst. Ich weiß es nicht, dass ich Sex will. Es wird jetzt wild, so wie im Sexfilm. Ich finde es so was von heiß, wenn du mir in meine Probe gekneifst. Lass dich gehen, ich war für dich. Komm und pack mich an und beheu mich. Er wird schön dieser Abend und ich stöhne meinen Namen. Bruh. Gibt es mir Dagi, gibt es mir Dagi, gibt es mir Dagi. Gibt es mir Dagi, gibt es mir Dagi, gibt es mir Dagi. Du wirst mich noch, ich werde was, wenn du mir vergnüßt. Mach mir Dagi, mach mir Dagi, mach mir Dagi. Gibt es mir Dagi. Gibt es mir Dagi. Gibt es mir Dagi? Oh mein Gott Leute, ich finde das richtig bücheln. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ne, ich muss ihn unterbeschreiben. Egal. Also, die Dornamen ist hier schon, also ich will das auch was schreiben, ihr wisst was ich schreibe. Also, das war schon eigentlich mit dem Video. Also, ja ist das so Leute, ist das so Leute, was sollen wir mal machen? Ähm, also wir werden noch einen Song hören, kann es sein? Ähm, nein, wir werden keinen Song hören. Also Leute, das war's, vielleicht mit dem Video, ich weiß nicht so lange. Also, wir gucken, warte mal kurz, wir gucken mal in diesem Video und sie packen. Was machen zwei Jungs Freitagabend um 23 Uhr? Nein, sich nicht gegenseitig einen runterholen, sondern wir haben uns gedacht, es kam heute. Okay Leute, das war's, das war's eigentlich mit dem Video, ich wünsche euch viel Glück. Ja, das Video war kurz, aber Leute, lass ein Abo da und vergiss nicht, in die Konferenz zu schreiben und ein Abo und Tschüss! Lass mir, lass mir, lass mir, lass mir, lass mir, lass mir.